Bei dem Besuch auf Möcking, wo ich mit Walter geflogen bin, hatte ich mit der Xenon ein Problem. Da lag was in der Wiese, was man nicht sehen konnte. Die Kamera stieg gnädigerweise rechtzeitig aus, dass man den Aufprall nicht mehr sah. Mehrfacher Nasenbruch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.